Ich kann jetzt auch nur drauf gucken in der Erwartung, dass das jetzt schnell gelöst wird. Aber es geht so nicht, Punkt. Und es ist ja der Eindruck entstanden, also Frau Paus hat sich ja geäußert, dass es nicht darum ging, jetzt das eine zu stoppen, um das andere noch irgendwie zu verhandeln. Das hat sie zwei Tage später gesagt. Ich kann es nicht bewerten. Am Ende zählt für mich, dass diese Dinge jetzt schnell verabschiedet werden. Aber der Start nach der Sommerpause, den hatte ich mir anders vorgestellt. Das hätte uns gut getan, wenn dieser Start anders ist. Und deswegen habe ich diese deutlichen Worte auch gefunden. Und es gibt auch keine Entschuldigung für. Aber dieses Gesetz ist ja sowieso so irre. Also wir fingen von 12 Milliarden, na das für die Kindergrundsicherung. Da ist ja keiner dagegen, ging ja nicht darum, dass man Renten irgendwie kürzen will oder so. Da hätte ich ja Streit verstanden, aber Kindergrundsicherung.